Ihr kennt das. Jeden Oktober erscheint ein neuer Mainstream-Horror-Film, der glaubt, unfassbar gruselig zu sein, um dann das Publikum vor Halloween nochmal zu den Kassen zu bitten. Und meistens lohnt sich diese Filme eigentlich nie. Doch Smile ist anders. Smile ist wirklich guter Mainstream-Horror. Und das sage ich als jemand, der in den letzten Jahren Mainstream-Horror gehasst hat. Ich hasse jegliche Filme, die zu explizit mit Jumpscares arbeiten, denn Jumpscares sind für mich nicht gruselig. Das ist kein wirklicher Horror. Und auch Smile arbeitet zu viel mit Jumpscares. Dafür sind diese aber wenigstens sehr effektiv umgesetzt. Das heißt, man erschrickt sich teilweise sogar wirklich. Und auch ansonsten, es macht einfach sehr viel aus, wenn die meiste Zeit über im Film Leute so gucken. Das kann schon eine ziemliche Atmosphäre erzeugen. Das Schauspiel ist toll, die Kamera arbeitet. Ich habe sie geliebt. Smile ist wirklich gut. Überraschenderweise kann man Smile sich sehr gut angucken. Es ist ein toller Mainstream-Horror-Film. Guckt ihn euch an, falls ihr Interesse an Horrorfilmen habt. Von mir gibt es 7 von 10 Punkten.